hallo und herzlich willkommen zum täglichen booster hier bei mir auf meinem kanal ja und wenn ihr mich supporten wollt ihr kennt das abonnieren glocke aktivieren kommentieren und liken und es geht los heute mit einer quer gedruckten ich go kurosaki karte so weiter geht es entrinnen vor dem tod entfesselte seele kamai tachi dann entriegelung eine unbestätigte information linke arm verlängerung und die heutige holo schon wieder shun suikyo raku ich glaube den hatten wir gestern auch schon als holo trotzdem freue ich mich vielen dank fürs zuschauen und ihr kennt das wenn ihr wollt sehen wir uns morgen wieder bis dann ciao